Der Urs von Moritz, gerade am rausfliegen, Sektor Nord, über Schenis und den Rücken, auf O3. Traffik haben wir, 1 o'clock vor 8.19 im Altigung, Helicopter. Looking out. Sie sehen relativ flach, aber sie sehen. Ah ja, mal jetzt in die Seite. Ja. Dann gehen wir hier tendenziell hinterher rein. Ja, das ist sehr schnell. Ist das eine Herausforderung? Ja, ich tatsache. Aber, schau, da, Heislump, Heislump, ohne Skizeit. Ja, okay, ja. Das habe ich eben nur organisiert für dich. Ich habe gedacht, dass du ganz sicher bist. F8. Genau. ... ... Aufmerksamkeit ist 1450. Expekt Aeroflug, die Aeroflug zu 1.0 Potschland, 28. Condition number 70. Information, ground frequency not active. Wind 070 degrees 4 knots. Visibility 1.0 km or more. Cloud view 3000 feet. Temperature 25, 2.16. Connect 1015, no sick. Information November. Good. Du weisst alles. November. Auf den Q&H können wir jetzt schon anpassen. Auf die Piste. 2.6. Das kann ich nicht. 2.8. St. Gallen Tower, Hotel Bravo, Whisky Zulu Delta. St. Gallen 4000 feet. For landing via Zulu. Information November. Whisky Zulu Delta, mit Gallen Tower, hello, Q&H 155, next Zulu, an Rdweck. 2.8. Q&H 1015, next Zulu, an Rdweck, an Rdweck, Hotel Zulu Delta. 2.8. Westhead, one in the Wiskleaf, muss ich nichts sagen. 1.8. Sack. Westhead, one in the Wiskleaf. wird die K walking in the Wiskleaf. 2.8. mach. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 2.8. 1.8. 1.8. 1.8. 2.8. 1.8. 1.8. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020